Es gibt Tage, da fühlt man sich ganz matt, ausgelaucht und schlapp und eigentlich wünscht man sich das Wundermittel herauszufinden, wie man wieder sich auftanken kann, energiegeladen ist und wieder fit für den Alltag. Dazu gibt es auch eine ganz einfache Atemübung, die heißt die verbundene Atmung oder 20 verbundene Atemzüge. Wie die Übung oder der Name schon verrät, müssen wir 20 mal atmen und währenddessen wir atmen, spürt ihr schon, wie sich Energie sozusagen in euren Körper ansammelt und ihr wieder bereit seid, dann auch wieder durchzustarten. Die Atmübung ist optimal, um wieder Schwung in den Alltag zu kriegen und wieder wach und energetisiert zu sein. Wichtig ist, wenn du die verbundene Atmung machst, solltest du den Zeitpunkt der Übung exakt wählen. Bitte mache die Übung nicht vor dem Zu-Bett-Gehen, es sei denn, du möchtest nachts nicht schlafen. Die macht richtig wach und deshalb ist das die perfekte Übung für den Morgen. Nachdem du aufgewacht bist und vielleicht dich auch hier und da mal nicht so fit und gut fühlst und dich fragst, Mensch, was ist denn da passiert, warum bin ich denn heute Morgen noch so müde? 20 verbundene Atemzüge helfen dir auf die Sprünge. Dazu gibt auch ein kleines Protokoll, das man durchlaufen muss, um auch die optimale Wirkung zu erzielen. 20 mal Atmen bedeutet nicht nur ein- und auszuatmen, sondern es gibt ein bestimmtes Atemmuster. Wie du atmest, das ist völlig frei. Du darfst dir aussuchen, ob du die Nase, den Mund nimmst, den Mund nur zum Atmen nimmst oder nur die Nase nimmst. Du kannst wechseln, wie du möchtest, du darfst experimentieren und einfach herausfinden, was dir gerade gut tut. Also alle Variationen sind erlaubt. Nachdem du die 20 Atemzüge gemacht hast, nimm dir zwei Minuten Zeit und horche einfach in dein System hinein, schließe dabei die Augen und meditiere ein bisschen. Ich mache es jetzt vor und danach machen wir das anschließend 20 mal zusammen. Ich mache jetzt gleich 5 Atemzüge Atemzüge vor. Vier sind gleich und der fünfte, das ist ein tiefer Atemzug, der wieder in einem Seufzer endet. Ich nehme für mich jetzt die Nase und seufze durch den Mund aus. Ich mache. Das waren jetzt 5 Atemzüge und wenn wir jetzt sagen verbundene Atmung, schließen wir gleich sofort wieder an. Menschen, die sensibel sind, unter Bluthochdruck leiden, die sollten maximal nur 10 machen und wenn es wirklich zu kribbelig wird, dann bei 5 aufhören. Ansonsten 20 Atemzüge wirklich durchleben und danach schauen, was passiert. Denn es wird tatsächlich was passieren und das ist ein ganz spannender Prozess. Sollen wir loslegen? Sollen wir zusammen 20 mal atmen? Also vier Durchgänge, A5 Atemrhythmen und danach zwei Minuten einfach meditieren. Also. Augen schließen und einfach wirken lassen. Spüren, wie es kribbelt. Spüren, wie es vielleicht ein bisschen schummrig ist. Vielleicht wird es dir gerade auch warm. Vielleicht fangen deine Hände an zu schwitzen. Einfach den Moment genießen. Und alles um euch herum ausblenden. Und dann ganz langsam wieder die Augen öffnen. Und einfach spüren, wie gut es dir geht. Die 20 verbundenen Atemzüge sind ein hervorragendes Mittel, um sich wieder richtig anzutreiben. Die verbundene Atmung steigert den Sympathikus, erhöht die Kempertemperatur und regt den Blutdruck an. Wenn du also dich lethargisch fühlst, mal richtig down fühlst, dann atme 20 mal hintereinander ein und aus. Dann wirst du merken, wie gut es dir geht. Und solltest du weitere Atemübungen mit mir machen möchten, dann schau einfach in weitere Videos. Wie gut ist es? Vielen Dank.